Hallo und herzlich willkommen zu meinem Uncharted 2 Guide. Hier zeige ich euch die Fundorte aller Schätze sowie die Lösungen aller Rätsel. In Kapitel 4 könnt ihr drei Schätze einsammeln. Den ersten findet ihr im Hauptlager am Anfang. Räumt hier erstmal alle Gegner aus dem Weg und inspiziert dann die Spitze des Schiffsmasts in der Mitte. Dort oben könnt ihr einen mongolischen Paisa-Pass herunterschießen. Wenn ihr im unteren Teil des Tempels angekommen seid, lauft geradeaus und schaut nach links oben. An einer Statue dort hängt die Gürtelspange aus Jade. Auch für den letzten Schatz dieses Kapitels, einen Helm der Yuan-Dynastie, müsst ihr euer Haupt himmelwärts bewegen. Schaut nach der Zwischensequenz nach links und dann nach oben und ihr könnt den Schatz an der Decke glitzern sehen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen und freue mich, wenn wir uns bei einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis dahin verabschiede ich mich und sage Tschüss. Bis dennne dann. Bye, bye.